Hey ho, hier ist Ronja und zusammen mit dem lieben Chaos Flo färben wir heute Hühnereier zu Ostereiern. Richtig, wir sind die Osterhasen. Richtig. Ich meine, wir sehen schon aus wie Osterhasen, wir sind talentiert. Ich weiß... Oh ja, Mist, egal. Wir kennen die Map noch nicht, also ich kenne die Map noch nicht, du kennst die Map schon. Oh, siehst du das? Ja. Oh, nice. Okay, ich kann die Eier der Gegner klauen, wenn niemand zuseht. Oh, du bist die im Rot, ich bin die im Grün, okay. Okay, okay. Fütter die Maschine mit Farben und Eierpappen... Pfff. Okay, wir haben Montag, oh Gott. Ähm, das ist die Eier-Bemalmaschine wahrscheinlich. Ja, du kannst diese Frage nicht rechts klicken. Ja, ja, ich sehe es gerade. Die brauche ich noch nicht. Ich brauche als erstes Eierpappenstapel. Oh Gott, das ist ja kompliziert hier. Du bist natürlich im Vorteil, weil du die Map schon kennst. Die Maschine verpackt die bemalten Eier. Okay, ich gehe in die Stadt. Du brauchst halt eben diese Kartons, wo die Eier reinkommen. Straße zur Farbe. Will ich erstmal zur Hühnerfarben? Nee, komm mal her, komm mal her. Du musst raus, glaube ich. Erst mal Hühnerfutter. Und ich erklärs dir. Okay. Ich habe schon mal gespielt, bis in der Weile her. Aber die werden sich übel schön aus. Holy boll, ich habe gerade richtig laut so ein Hühnchen machen hören. Hä? Hast du nicht gehört? Ich glaube, da kannst du... Da kannst du Farbe kaufen. Genau, genau, genau. Haben wir Geld schon? Oh ja, wir haben schon Geld. Aber ich würde nicht alles dafür ausgeben. Okay. Rechts hast du halt dein Team Money. Ja, ja, ich sehe es. Was ist das hier? Was können wir hier kaufen? Der Maschinenhändler. Okay, hier kann man seine Maschinen verbessern. Hier kann man Eier verkaufen, okay. Wo bist du? Haus des Osterhasen, das Blaue. Der Osterhasen fällt jeden Morgen eine Runde und sammelt die fertigen Ostereier ein. Oh, okay. Das ist ja nice. Ja, ja, ja. Aber dann sind wir doch nicht die Osterhasen. Ich kaufe mir jetzt alles Hühnerfutter, was es gibt. Nein, don't. Du hast Hühnerfutter gekauft. Okay, weißt du was? Nein, wir sind verschiedene Teams, du kannst es selbst machen. Ach so, okay. Kaufst du alles voll mit Hühnerfutter? Ja, ich... Äh, richtig. So, ich fütter jetzt meine Hühnchen. Da gehst du zurück zu dort, wo du gestartet hast? Äh, richtig. Und da stand irgendwo so ein Weg zur Hühnerfarm. Äh, einfach geradeaus, geradeaus. Ja, ja, ja. Sehe ich. Okay. Ich mach dich kaputt, Flo. Du hast keine Chance. Ich osterhase dich. Nein. Zu Tode. Man kann hier mal kein Eier klauen, gell? Ja, ich weiß. Okay, okay. Ich seh's. Und hier sind die Dings. Okay. So, wir sind ja im Hühnerstall. Hallo. Hühnerfarm. Die Hühnerfarm produziert Eier für dich. Da sind noch Hühner drin. Du hast hier so ein Silo. Hühnerfutter Silo. Ah, ja. Okay. Und da musst du mit Kuh reinwerfen. Boing. Jetzt sind 10 Kilo... Soll ich einfach alles reinwerfen? Ja, warum nicht? Okay. Okay. Jetzt sind 68 Kilo Hühner vor deinem Silo. Gute Nachrichten. Hier produzieren die Eier. Oh, wo kommen die Eier raus? Da bei dem Roten Haas. Ah, lol. Warte. Bist du's? Bei dem... Nein. Links neben dem Eingang vom Roten Haus. Wo? Oder rechts bei dir? Also, ich hab... Also, ich hab... Einmal den Silo. Ah, ja. Ah, okay. Jetzt seh ich's. Und da drin sponnt das irgendwie noch eine Zeit. Also, ja, da sind Eier. Aber kann ich die jetzt nehmen? Nee, ne? Ja, rechts. Nee. Dann sind sie dann... Also, dann sind sie nur... zur Show da. Oh, doch. Nee. Doch, Eierpappe. Ah, okay. Ich hab's falsch gekriegt. Ja. Ich hab sie. Okay, okay. Wir arbeiten Tag und Nacht, ha? Ah, ja. Hast du wieder? Ja, du kannst... Flo, ich gönn dir ein Nickerchen, ja? Du kannst gerne jetzt eine Runde sagen, hey. Ich leg mich hin. Nein, nein, nein. Der Oster hat sie kommen. Oha, hier wird's wirklich Nacht. Das siehst du. Ist doch richtig Nacht? Okay. Er verpackt... Okay, wo muss ich die... Wo muss ich die Eier reintun? Die verpackt die bemalten Eier. Hier, die Eierbemalmaschine. Ich weiß gar nicht. Es beginnt automatisch zu arbeiten, sobald Eier und alle Farben vorhanden sind. Recht klicke. Okay. Äh, die Eier sind vorhanden. Das ist nicht die richtige Farbe. Du kannst Farben im Dorf kaufen. Ich hab die Eier halt... Wach mal die Eierpappe rein! Ah! Hier! Ich bin hier weit voraus. Hä? Werfe die Eierpappen einer nach dem nächsten auf das Gerät. Okay. Aber ich krieg sie nicht auf das Gerät geworfen. Ah doch. Jetzt. Ohne Probleme. So, jetzt geh ich Farbe kaufen. Nein! Da! Der ist der Tag. Okay. Mist. Ich hab noch... Oh, du kriegst... Du kriegst am Anfang vom Tag neues Geld. Hier ist sogar der Bus. Siehst du den? Ich wünschte, ich hätte mehr... Oh, lol! Ja, ich seh's gerade. Oha! Warte, wo ging's nochmal zur Farbe? Ich weiß nicht mehr, wo der Farbshop ist. Hier, da steht ganz los Painting. Ah, hier. Ja, ich seh. Äh, okay. Wir kaufen zweimal rot, zweimal grün, zweimal blau. Und... Ohne, ich will dich beunruhigen, aber... Oh! Dein Team hat heute mit dem Verkauf von bemalten Eiern 0 Dollar verdient. Ey, das ist ein Erfolg. Man kann sich nur steigern, hä? So, kann ich hier irgendwas machen? Oh! Die Maschinen gehen irgendwann kaputt. Speed App Rates? Da... Ja, steht da. Oh, du kannst Speed App Rates machen und du kannst... Machen das weniger... Oh, ich... Du... Okay. Okay, warte, warte. Bevor ich mir das angucke, soll ich vielleicht... Nein, stopp Flo! Warte, 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 stopp! Du musst alle Farben reinwerfen bei diesem roten. Ja, ja, ja. Und dann beginne die zu fahren. Dein Team... Ey! Jetzt ist mein Osterhasen LKW auch bei mir vorbei und hat mir die Nachrichten mit dem erfolgreichen Verkauf mitgeteilt. Wie viel hast denn du verkauft, Ronja? Also, sag mal. Ähm... Was? Okay. Das macht er jetzt automatisiert, richtig? Der fängt jetzt hier an zu arbeiten. Ja, ja. Die Eier sind... Ja, genau. Das läuft. So, dann geh ich jetzt mal... Ey, ein Huhn ist bei mir einfach verhungert. Wie kann das sein? Ich hab... Zehn... 100 Kilogramm... Futter. Oh Gott, dann sind meine Hühner noch einfach safe am Abnippeln alle gerade. Das gibt's doch nicht. Ich hab nicht so viel Futter gehabt. Nein! Eins ist fertig mit mir. Oh nein! Aber es kann sein, dass ich... Also... Oh, ich glaub ich hab nur einen Teil gefüttert. Warte, warte. Was? Hast du nur gefüttert? Wo kommt das raus? Du kannst nur in einen. Du musst machen, oder? Warte, das ist... Das Haus des Osterhasen. Wo gab's noch mal... Wo konnte man noch mal Futter kaufen? Ich find den Futterladen nicht mehr. Oh, ich versteh's. Äh... Pellets dort. Eins. Nice. Eier verkaufen. Ach, lol. Stimmt. Hier. Das ging ja auch. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Von jeder Farbe. Hast du schon Pellets dort eins? Rechts? Äh... Nö. Aber ich hab's doch jetzt, 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 jetzt. Ich hab's später angefangen gehabt, jetzt schon. Ich such nach wie vor... Jaja. Wo ist denn der blöde Laden für... Für... Nein. Was suchst du? Ich such... Ähm... Na, wie heißt das? Ich suche Hühnerfutter. Ähm... Das ist bei... Dings, bei dem Brickhaus. Bei dem Brickhaus? Ja, ja. Diesen Ziegelstein-Dings. Wisst ihr irgendwas? Das Ziegelstein? Er glaubt, wo die Maschine Upgrades sind. Ach, da ist das? Hier. Ne, ne. Das hier nicht. Wo denn? Ach, bei dem. Bei dem. Bei dem. Bei dem. Bei dem. Und... Ah, da seh ich's. Okay, ich war die ganze Zeit hier drin, aber... Okay, ich hab jetzt schon zwei Pellets fertig übrigens. Möchte ich dich wissen lassen. Was? Wie? Weiß ich nicht. Mein Team hat nicht genügend Geld. Steht hier übrigens. Ich hab auch kein Geld. Aber... Es ist bald nächster Tag. Und du weißt, was das heißt, Ronja. Was heißt das, Flo? Wir werden das zicke Money machen. Das zicke Money. Oh mein Gott, meine Hühner produzieren ohne Ende. Ich hab... Ich glaub, es liegt einfach dran, dass ich nur zweimal Farbe hatte von allem. Deswegen konnten nur zwei Paletten eingefärbt werden. Das heißt, effizienter wäre es gewesen... Warte, oh Gott, das ist der richtige Weg. Hätt... Ich hätte... Zwei Hühnerpaletten einfach so verkaufen müssen. Und, äh, das Geld... Nehmen. Oh Gott, ich bin hier fett gelaufen. Jetzt ist ein Lagerfeuer. Nein! Wo ist meine Hühnerfarm? Du hast einen Vorteil, weil du eine Orientierungssinn hast. Dir auf mich auszulachen. Du musst auf dem Weg bleiben einfach. Ich versuch's. Aber der hat mich zu einem... Links... Okay, ich geh jetzt hier links. Das ist der richtige Weg. Mittwoch. Das andere Team hat bisher null Eierkartons abgeliefert. Was? Das steht bei mir auch. Das wäre unangenehm. Ja, aber warte, jetzt kommt gleich der Bus. Jetzt kommt der Bus. Okay. Oh, oh, haben wir viele Paletten. Oh, ja. Ja, komm Bus. Ja, hol dir. Eine Palette unbemalte Eier sind null wert, eine mit bemalten 16. Ja. Aber da hast du deswegen... Obwohl, ne, es geht ja im Endeffekt um die malten Eier, oder? Ja, aber hätte ich unbemalte, kann man doch... Oh! Doch, du kannst unbemalte verkaufen. Doch, du kannst unbemalte verkaufen. Das ist es ja. In der Mitte, bei dem Sandsteller. Ja, ja, okay. Warte, das muss ich jetzt nämlich machen, damit ich mehr Hühnerfutter habe. Oh, blöde Angeber. Niemand mag solche Leute. Hey! So, dass das klar ist. Ich brauche mir jetzt ganz viel Farbe. Oh, der Truck kommt. Okay, dann müsste ich jetzt auch Geld kriegen. Dann muss ich nämlich die Eier nicht verkaufen. Dann lege ich die alle ab. Ich investiere meine in Frauen. Oh, 72 Dollar. Ja, kann ich dir empfehlen. Du hast nur 72. Ja, weil ich mehr Geld habe als du. Weil ich besser bin. Ja. Keiner Loser. Niemand mag solche Leute. Doch, ich bin ganz zufrieden mit mir. Geht das jetzt? Ich habe jetzt 72 Dollars. Ey, meine Eier rollt sich. Ja, weil du keine Farbe hast. Die Farbe ist leer. Doch, ich habe gerade... Ne, ich habe gerade alles aufgefüllt. Ja, dann Anlag ihn, ne? Sonja, hast du meine Maschine kaputt gemacht? Nein, ja, nein. Ich habe wirklich deine Maschine nicht. Ich wüsste nicht mehr, wo deine Farbe ist, du bist. Doch. Okay, eins rollt hier. Okay, das ist gut. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe dir jetzt Eier klauen. Nein. Okay, 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 okay. Ich sehe, wie es ist. Erklaue ich dir jetzt auch alle Eier. Oh nein, bitte nicht. Ich gehe dir natürlich keine Eier klauen. Ich habe dich doch lieb. Ich würde dir doch niemals deine Eier klauen. Warte mal. Ich verkaufe jetzt ein paar von meinem. Kartons. Ich werde jetzt bei deinem Hühnerstall vorbeifahren. Nein, bitte nicht. Und zwar brauche ich die Kartons gar nicht, denn ich möchte ein Upgrade machen. Ich glaube, die Upgrades lohnen sich wirklich. Und die Eier können sich ja nicht verarbeiten. Ich habe gehört, die Upgrades lohnen sich genauso wie in Roblox. Richtig. Richtig. Und da ist es ja auch. Da sind wir ja Experten in dem Spiel, habe ich gehört. Ey, meine Hühner sind nicht effizient genug. Ich glaube, ich muss denen mal weniger zu essen geben. Oh. Damit die wissen. Damit die wissen, dass es harte Zeiten gibt. Muss Dominanz beweisen. Warte, rechts klicke das Schild neben der Tür, um eine Eierpappe für 10 Dollar zu verkaufen. Achso. Ching, ching, ching. Ping, ping. Warum verkaufst du die so? Hä? Ich verkauf die so, um Upgrade Geld zu haben. Für reduced paint usage. Ey, übrigens, Frohe Ostern, Leute. Oh, stimmt. Wir haben Ostern. Äh, Frohe Ostern an alle. Schöne Zeit, hm? Oh, Ronny, du hast dir richtig viel Eier bei dem Hühnerstall. Nein. Bist du bei meinem Hühnerstall? Flo? Geh hin fort. Hin fort mit dir. Nein, bin ich nicht. Weißt du, wenn wir uns in real life treffen, würde ich aufpassen an deiner Stelle. So, ich bin auch vom Lagerbein. Ja, siehst du, das ist ein Fail. Oh, Gott. Okay, warte. Ich finde es übrigens gut, dass wir nicht im Kletterpark waren. Ja, das stimmt. Ich konnte ihn leider nicht schürzen. Das ist unlucky. Äh, warte mal. Laufgeschwindigkeit. Zwei Farbverbrauch drei. Okay, das heißt, wir brauchen immer drei Farben pro. Wie kann ich denn das Upgrade machen? Das ist nicht die richtige Farbe. Ja, ich kann es aber nicht benutzen. Okay, ganz ruhig. Farbeffizienz-Upgrade. Ich habe kein Geld. Ich habe ein Farbeffizienz-Upgrade. Ich kann es nur nicht nutzen. Was? Ich werfe es. Ich drücke. Oh, jetzt habe ich es geupgradet. Du musst es dort, wo du Farbe reinwirfst, drüber, oder? Jaja, genau. Okay, das heißt, hier sind die Kartons. Ich hab so viele Eggix. Eggix. Okay, ich gehe jetzt wieder zu meinem grüneren Stall. Warum ist nur eine Palette delivered? Weil du immer nur drei Farben reinmachst. Oh nein. Und wenn du nur drei Farben reinmachst, dann kann er damit nur eine Palette einfärben. Ja, Lastwagen. Ach ja, stimmt. Warte. Oh nein, schon wieder zum Lagerfeuer. Warum? Oh mein Gott, ich habe 150 Dollar. Auf geht's, Ronja. Okay. Das Problem ist halt, du bist direkt im Vorteil, weil der Lastwagen fährt früher bei dir vorbei. Nein. Nein. Oder? Psst. Du kennst die Maschinen vom gegnerischen Team. Sabotieren steht bei mir. Nein. Böse. Böse. Ich bin doch kein Hund. Übrigens weiß ich nicht, warum du diese Meldung gekriegt hast mit deine Hühner sind verrenkt. Ich habe noch keine einzige. Also meinen Hühner geht's gut. Nur eins. Nur eins. Nur ein einziges. Ja, aber ich habe denen viel weniger Futter gegeben. Ich glaube, meine Hühner sind einfach sparsam im Verbrauch. Ja. Ich habe mir jetzt eine Vorschlaghammer gekauft drin, ja. Nein. Bitte nicht. Ich mache jetzt erstmal Big Money. Big Mac. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, ja meine Farben sind voll. Was? Nur 74? Das ist ja frech. Das ist ja dreist. Du kannst nachschauen, wie schnell deine Maschine ist, wenn du oben klickst. Ja, ja, habe ich gesehen. Also ich versuchte, das Upgrade zu machen. Das ist kein Uhrzeiger. Oh, noll. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Wir... Ja, meine Eier rollen. Meine Eier rollen. Donnerstag ist schon. Es ist rough bis... Wie lange haben wir? Ich glaube, sechs Tage haben wir. Das heißt, wir sollten bis Samstag haben. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich habe zu viel grüne Farbe gekauft. Oh nein. Oh, warte, kein Problem. Ich kann einen Eierkarton verkaufen. Das heißt, ich habe jetzt... Oh ja. Ich habe jetzt drei Farben von allem. Und er braucht weniger. Das heißt, ich kann jetzt Eier färben ohne Ende. Ich bin jetzt ein sogenannter Eierfärber, Spezialist. Ich gewinne das. Meine Maschine ist kaputt! Flo! Nein! Flo! Nein! Flo! Wieso? Wieso würdest du das tun? Nein! Nein! Was? Das gibt es doch nicht! Ich hasse dich! Oh nein! Okay! Hey! Du bist doch unter der Führung, okay? Ja! Wie mache ich jetzt meine Maschine wieder ganz? Kannst du mir das erklären? Oh nein! Oh nein! Diese Maschine ist beschädigt! Du bist zuhörer! Du... Ganz ehrlich! Du... Nein! Florian! Böse! Alle meine Hühner sind gestorben! Ja! Verdient! Du hast noch null Kilogramm! Nein! Ich kriege jetzt keine neuen Eierfärber! Wird mir stinken, wenn ich du wär! Aber das hast du verdient! Wie gut, dass du noch eine... Dass du noch glücklicher Hühner hast! Eierfärber! Die hab ich... Die hab ich schon abgeholt! Wag es ja nicht, mein Freund der Sonne! Wag es ja nicht! Dich an meinen Eiern zu vergreifen! Was ist so ne Sauerei! Der klaut... Der macht dir meine Maschine kaputt! Junge, Junge! Eierfärber, du denkst du, ich mach nur Witze hier! Ja, ich hatte gehofft, du warst nur Witze, du gehördest! Oh, du hast das, das kostet 50 Dollar, dann kriegst du eine Toolbox zum Verbrenner! So ist ja eigentlich hart! Ja, nur 50 Dollar ist ja nichts, ne? Das ist nicht mal wieder einrädern, ja! Ey, du bist... Ich hasse durch! Ich hab ich noch das letzte Mal! ich habe jetzt insgesamt vier pellets delivered wie viel hast du ja weil du lieber der zeit verbringst andere dinge zu tun nein flow ich meine maschine aber ich habe das dort also weißt du was mein problem war ich konnte jetzt nicht so viele pellets storen über nacht weißt du warum weißt du warum nur so eine frage warum konntest du keine eier store weißt du das liegt daran dass jemand meine maschine kaputt gemacht hat der lkw kommt der lkw ich habe auch vorher schon viele sind fertig geworden bei mir oh ja du viel auch viele fertig nein ich habe nicht auch viele fertig nein wie ärgerlich das ist ja ärgerlich das tut mir auch leid ich habe keine eier mehr aber es kommt der schock ist bei mir vorbei ich jetzt meine maschine reparieren ich habe jetzt eine toolbox gekauft nein ich hab mir das schon gekauft ok ok ja schön für dich so big money obwohl naja geht so du hast die maschine repariert gute arbeit an mich selber ich muss jetzt wieder eier karton aus der rein füttern und ganz viel farbe kaufen und dann wird das auch ob es erstmal hühner fütter ich habe jetzt farbe und hühner fütter ich habe letztes jahr welche gemacht tatsächlich aber dieses jahr so ausbläst und dann ehrlich die zum aufhängen ja mehr oder weniger meine hühner leben wieder kann ich meine hühner essen ja wahrscheinlich das ist die alternative weise mit diesem spiel zu gewinnen du ist einfach all deine hühner auf richtig richtig schön leckeres brad hähnchen aber warte mal also du darfst schon eier aber auch wieder alles so oder so spiegel oder so oder so was vegan noch nicht ja jetzt egal nicht aber ne ich weiß nicht machst du dieses jahr eier färben ich weiß wir hätten immer diese farben wo du diese esslöffel hattest und dann die in so gläser getunkt hast und weißt schon Also, ich bin ehrlich, ich hab das früher gemacht und mein Elking ging immer kaputt und irgendwann war ich so hart. Ja, du musst sie ja nicht ausblasen. Also, du kannst sie ja auch einfach so, weißt du, bunt machen. Ja. Ja, komm, ja. Ja. Naja. Ich, ich, wahrscheinlich dieses Jahr bin ich auch zu faul. Weil, seien wir ehrlich, mein Kater wird's kaputt machen. Fakt. Er ist manchmal ein bisschen zerstörungswürdig. Ich muss sagen, bis der dir einen toten Vogel anschleppt. Äh, hoffentlich lange. Flo, 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 Flo. Bleib fort. Bleib. Flo. Du kannst es jetzt nicht klauen und ich dich gerade beobachte dich. Nein. Ich jade jetzt zu meiner Fabrik. Du. Nein. Es gefällt mir nicht, was du hier machst. Wie hast du, wie hast du delivered? Äh, ich hab insgesamt neun. Und du? Ich kann nix machen. Ja, das ist ja schade. Ich hab kein Geld. Ich folg dir jetzt. Ich will nicht, dass du mir Sachen klaust. Ich bin nervöser. Okay, dann geh kannst du deiner Farm vielleicht. Ich hab keine Farm. Ja, das darfst du auch ne Farm. Vielleicht kannst du mir tot tun und zuschauen. Nicht Eier legen. Hast du keine Eierkatern aus der drin gestorrt? Und ja. Hast du keine Eierkatern aus der drin gestorrt? Flo? Oh. Wieso ist denn das so leer bei dir? Aber du hast rote Farbe. Kann ich die klauen? Nee. Na. Hi. Was ist die gemacht? Nix. Er hat nix gemacht. Ich konnte nicht. Oh, du hast sieben abgeliefert. Ah, nee. Insgesamt. Ich bin weiter. Das andere Team hat bisher neun. Ey, er kannst du so ab... Du hast neun? Ja, ich hab neun. Schade. Und ja? Das wird mir ja stinken. Ich komme jetzt in der Schammer. Nein, nicht schon wieder. Es geht um Leben und Tod, okay? Nein, so funktioniert das nicht. Er sagt mir wieder, wie das... Ja, er will immer, dass ich diese unbemalten Eier verkaufe. Aber das ist nicht... Das führt mich nicht zum Sieg. Reduces Paint Usage. Elf Palettes der Levertronja. Was? Was? Du willst... Nein. Wir kamen gerade der Lastwagen. Aber der kommt nicht durch die auch noch. Ja, aber ich hab nur eine ins Store. Nice. Oh nein, du führst. Oh nein. Mist. Okay, okay. Ken, du sagst, ich geh jetzt Hühnereier einsammeln. Dann sind wir wieder vorne mit dabei. Du wirst mich nicht besiegen, Flo. Wirst du nicht. Oh, Lastwagensgruppe dir. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich übergewinne. Weil du hast es gerade bisher noch vorne. Dann kam Lastwagen und dann... Oh, ich hab kein Geld gemacht. Ich hab wirklich kein Geld gemacht. Das ist echt unlucky. Das ist nicht gut. Hast du genug Farbe? Äh, nee. Deine Hühner sind aufgrund von... Ich hab diese Meldung noch nie gekriegt. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Okay, ich glaub, ich kann drei einfärben. Wenn ich jetzt noch Farbe kaufe. Es zählt Money oder Palettes Delivered. Palettes Delivered. Ja, ich hab elf. Ich hab zehn. Du, wie ist es zehn? Ich hab... Ich hatte ja neun und dann hatte ich eine im Store. Das heißt, jetzt hab ich zehn. Farbeeffizienz-Upgrade. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin... Ein bisschen... Okay, warte. Farbeeffizienz-Upgrade. Same. Ich bin on it. Wie viel auf der Store? Äh, ich hab... Keine. Bis jetzt. Ich hab eins. Schiee... Mhm. Das ist nicht gut. Hast du keine Dings? Du brauchst nur Farbe und Eier. Mehr brauchst du nicht zum Store. Ja, ich weiß, aber das dauert halt ne Weile, bis es durchläuft. Also. Hab Farbe und Eier. Ich mach jetzt noch ein Farbeeffizienz-Upgrade. Eigentlich müsste gleich eine im Store sein. Ja, die läuft grad durch. Gleich ist eine im Store. Okay. Okay. Für dieses Upgrade sind alle Plätze belegt. Okay, ich hab's jetzt auch auf eins. Das bringt mir aber nichts, weil ich weder Farbe noch Eier hab. Momentan. Ja, warum? Weiß ich nicht. Kein Geld. Er verkauft doch Eier. Ja, ja, mach jetzt. Ich geh jetzt Eier sammeln. Ich verkauf schon ständig Eier. Ich weiß auch nicht. Wie hast du so viel Geld? Wie viel Geld hast du? Äh, zwölf. Okay, okay. Das ist in Ordnung. Keine Sorge. Ich hab jetzt hier Eier. Das heißt, ich hab quasi noch Geld. Ich hab 24 Kilo Hühnerfutter. Das heißt, die legen auch fleißig weiter. Eier. So. Alles im grünen Bereich. Ja, die Web ist echt ganz witzig. Das macht mega Spaß. Ich dachte nicht, dass es so komplexe Minispiel-Sachen richtig gibt. Das ist richtig cool. Ich hab meine eigene Maschine kaputt gemacht. Ja. Ich hab mit dem falschen Item geklickt. Noch eine Minute. Ich würd jetzt sagen, dass es mir leid tut, aber es tut's nicht. Ey, wenn du jetzt keinen einzigen Stored hast, dann hab ich gewonnen, glaub ich. Ich hab einen Stored. Ich brauch einen Stored. Oh nein. Warte, eine Minute nur noch? Okay, warte. Ich kann das noch gewinnen. Wenn ich mich jetzt wirklich beeile, dann kann ich das noch gewinnen. Ich hab genug Geld. Ich kann das nach Hause holen. Flo, weg von meiner Maschine. Weg von meiner Maschine. Ah, ah. Ich hab genau gesehen. Ich hab nicht genug Geld. Ich hab nicht genug... Wieso kostet das jetzt mehr? Wie viel kostet der Farbkernis? Au, Baby. Au. Wieso greifst du mich an? Der Pilz zählt 10 Dollar. Ich hab nur zwei. Nein. Ich hab nicht alle Farbe. Meine Katze hat mich eingegriffen. Team Grün hat gewonnen. Nein. Wieso? Ja. Hey, aber ich dachte, der Lastwagen kommt noch. Oh nein. Oder? Der Lastwagen kam nicht mehr. Ja, aber es war wirklich ganz knapp. Also wir hatten, glaube ich, wirklich gleich viel. Ja. Nee, du hattest schon mehr. Ich hatte keine 12. Ah. Okay. Bluff. Es ist in Ordnung. Du bist ein fairer Osterhasengewinner. I respect that. Fairer der Maschine. Fairer Gewinner. Hm? Ich komm jetzt auf den Schlettschimmer. Ja, du hast ja aus Fairness deine eigene Maschine kaputt gemacht. Deswegen. Alles okay. Nein, das hab ich nicht. Hast du nicht? Nein. Hast du geblufft? Hast du gesagt, du hast deine Maschine kaputt gemacht? Nein. Doch. Ich wollte mit Farbe rechtsklicken, aber ich hab mit dem Hammer gerechtklickt. Ich hatte einen. Okay. Aus Gründen. Den zweiten schon, hm? War das? Das war für alle Fälle. Für den Notfall. Na gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ja, abonniert den Kanal, damit ihr nicht zu verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.